Mein Name ist Christopher Quiering, bin 21 Jahre alt, bin seit 2002 Unioner und mein Beruf ist Fußballer. Ich hatte dann eine Ausbildung angefangen, die hatte ich halt zweieinhalb Jahre gemacht und dann musste ich mich halt entscheiden, mache ich meine Lehre weiter oder trainiere halt sag ich mal ganz täglich bei den Profis mit. Ja, ich habe mich dann halt vom Fußball entschieden. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018